Kurt Kusenberg Meine erste Erinnerung an Kurt Kusenberg war nicht optischer, sondern eher akustischer Natur. Mir wurde hintertragen, dass Kurt Kusenberg meine Gedichte bei Rowold begutachtet hätte und sie nicht für gut befunden hatte. Er hatte damals geschrieben, das ist mir heute noch im Ohr, Rümkopf ist ähnlich wie Ceylan ein Halbdichter. Und dann hatte er so einige Formulierungen aufgeführt, die das beweisen sollten und wie ich rückblickend sagen muss, auch vielleicht bewiesener haben. Es waren so einige Metaphern, zu denen ich auch heute nicht mehr stehe, sondern eher zu Kusenbergs Urteil. Damals hat es mich, glaube ich, etwas aufgebracht. Und ich weiß noch, dass ich mit Freunden darüber sprach, und man wehrt sich ja auf eine jugendliche Art dagegen und ich nannte Kusenberg dann nur noch Musenzwerg. Ich glaube, dass beide Parteien sich etwas geirrt haben, sowohl Kusenberg in seinem negativen Urteil und ich in meiner damals etwas zu hohen Selbstüberschätzung. Es war aber, wie gesagt, es war ja noch keine persönliche Bekanntschaft. Und kennengelernt haben wir uns erst sehr viel später, als ich selbst in den Verlag eintrag. Lektor wurde und Kurt Kusenberg schon seit Jahren Lektor war, weil er die Reihe Rohwurz Monographien bestellte. Er war ein nicht sehr großer, elegant gekleideter Herr, helle Anzüge, wie ich mich glaube, zu erinnern, Schlips und Kragen immer. Also ein Gentleman, etwas geistesabwesend, weltabwesend, vor allen Dingen publikumsabwesend. Er hatte so eine nach innen gekehrte Geschäftigkeit, die ihn die Außenwelt, die banale Außenwelt des Verlages, gar nicht richtig wahrnehmen ließ. Jedenfalls hatte er einen wichtigen Eindruck. Er nahm nie an lärmenden Verlagsfeiern teil, äußerte sich eher, fand das eher dekotant, dass man sich da fast jeden Tag zu irgendeiner Geburtstagsfeier oder sowas ähnlichem traf. Irgendwas gab es im Verlag immer zu feiern. Und Kusenberg, der für einen Humoristen galt, hatte für solche humorigen Festivitäten überhaupt keinen Sinn. Sein Verhältnis zur Welt, zur Umwelt, hatte etwas leicht Spöttisches. Er zog dann die Lippe so über das Kaninchen herunter und man wusste nicht, ob eine abfällige Bemerkung über die Welt, über die Umfeld aus seinem Mund kommen würde oder etwas Spöttisches. Und eines Tages kam er ganz konziliant auf mich zu und sagte, Herr Rünkow, Sie haben sich doch früher mit Wolfgang Borchert schon beschäftigt, wollen Sie nicht die Borchert-Monografie schreiben. Und aus diesen sachlichen Interessen ergaben sich dann zunächst auch eine durch diese sachlichen Dinge begründete Bekanntschaft und später daraus sogar eine gewisse Freundschaftlichkeit. Und wobei diese Hülle, die ihn umgab, dieses etwas glasige Hülle, die ihn umgab, dann zusehends schmolz und auftauchte, auftaute und ich dann auch die gewinnenden Züge in seinem sonst etwas abwehrenden Gesicht erkannte. Und es ergaben sich dann auch Einladungen ins Haus Kusenberg, wo wir manche Gläser zusammen getrunken haben. Und er hatte eine große Sammlung von Kuriositäten, die er auch gern erklärte. Es ist ja immer so, weil er war ein Sammler, er war ein Aficionado von Püppchen und Wägelchen und Antiquitäten und Tinef und Scherzartikeln, also die ganze Unowarsch, schien mir rückblickend, gepflastert mit so Dingen. Und es macht ihm großen Spaß, diese Dinge auch vorzuzeigen, weil es so viele Liebhaber von solchen Kuriositäten gar nicht gab, zwischen seinen Geschichten, die ich es später kennenlernte, und diesem privaten Spielwarenladen, eigentümliche Beziehungen bestehen müssten, sodass mir manchmal schien, als ob viele dieser Kutschwegelchen und Figürchen direkt aus seinem Schrank in seine Bücher gesprungen wären. Oder als ob er sie vorher beschrieben hätte und sie hinterher irgendwo auf der Welt ausgesucht. Es war eine eigenartige Wechselbeziehung zwischen Kusenbergs Geschichten und zwischen diesem niedlichen Klimbim, mit dem er sich umgab. Als eine Figur, die sich mir langsam erschlossen hat und der ich dann aber ein weiter lebenslanges Andenken bewahrt habe. Er ist eigenartigerweise sehr farbig und sehr plastisch auf meiner inneren Fotoplatte drauf. Es gibt gar nicht so viele Figuren aus dem Verlag, die ich noch so genau in Erinnerung zu haben glaube. Es kommt natürlich dann hinzu, als ich aufbrach und als ich im Verlag war, meine literarischen Lehrmeister waren anderer Art. Dazu hatten die deutschen Expressionisten gehört und auch große Dichter, die aus dem Expressionismus hervorgegangen waren, wie Hans Henny Jahn, den ich persönlich gut kannte, oder Alfred Döblin, mit dem ich schon als Schüler im Briefverkehr stand. Meine literarischen Vorbilder sahen in der Tat anders aus. Aber irgendwann kriegte ich dann Lust, auch etwas von Kusenberg zu lesen. Und ich las diese Geschichten und sie übten einen seltsamen Zauber auf mich aus. Einen Zauber, den ich sonst in der modernen Literatur gar nicht so angetroffen hatte. Es war eine andere Welt, aber es war eine Welt, die mir nicht völlig fremd war, weil ich gegenüber dieser Spielzeugwelt zumindest aufgeschlossen war. Es berührte auch irgendwie eine kindliche Abseite in meiner Seele und aus dieser Abseite entwickelte sich dann zunehmende Liebe zu Kusenbergs Geschichten, die man auch dann bis heute in Erinnerung behalten hat. Also Geschichten damals landesweit berühmte Geschichten wie Wein auf Lebenszeit oder die schwarze Köchin, die las ich damals zum ersten Mal und eigenartigerweise gingen sofort in mir Lichter auf oder kleine, bunte Zirkuslämpchen in mir an. Ich war, wie gesagt, ich geriet ganz in den Zauber von Kusenbergs Gedichten und ich ergele, von Kusenbergs Geschichten und sie haben auch dieses eigenartige magische Wesen für mich bis heute behalten. Aber aus den Abseiten entwickelt sich oft etwas besonders Interessantes, was mit allem anderen nicht zu vergleichen ist. Und dieses eigenartige, unvergleichliche habe ich damals für mich entdeckt. Etwas Versponnenes, was dann aber auch aus der Verspinnung wieder herauskam. Es sind ja es sind ja keine bloßen Drollerien seine Geschichten. Sie sind sehr amüsant. Sie sind leicht zu lesen, flüssig aufzunehmen, haben aber immer doch irgendwo einen tiefen Kern, der mich auch in der Tiefe berührt hat. Ich habe mir aus Anlass des Gesprächs eine kleine Stelle angestrichen, die ich vielleicht mal vorlesen dürfte. Ja, gerne. Dafür müsste ich allerdings die Brille abnehmen, weil ich sonst nicht genügend nah an das klein gedruckte Objekt herankomme. Das ist aus der Geschichte Bruder Hans. Und diese Geschichte Bruder Hans beschäftigt sich mit einem fiktiven Bruder, den es gar nicht gibt. Irgendjemand wird mal als Hans angeschrieben, dann der andere als Hans. Sie heißen aber alle gar nicht Hans. Aber dieser Hans wird dann zu einer Fiktion, wird zu einer Phantasmagorie. Schließlich glaubt die ganze Familie, dass es diesen Bruder Hans wirklich gegeben habe oder gäbe. Und das ganze Familienleben kreist um diese gar nicht vorhandene Figur. Da findet sich so ein Sätzchen, das ich ungeheuer aufschlussreich finde. Es hat sich manches begeben in unserer Familie, doch haftet allem, was sich begeben hat, etwas Zufälliges an. Ebenso gut hätte es anders verlaufen können. Das allein Sinnvolle war der Umgang mit Bruder Hans. Das heißt, dass eine fiktive Figur, eine Fantasiefigur das eigentlich Sinnvolle in der Familie ist. Und das scheint mir ein Schlüsselsatz für fast all seine Geschichten zu sein. Nicht nur den Sinn im Unsinn zu suchen, aber im, sagen wir mal, im Hintersinnigen, im Überspünigen. Darin lag für ihn der Sinn, der tiefere Sinn von einem sonst an der Oberfläche geordneten und sauber strukturierten Leben. Erst da, wo der Unsinn das Unberechenbare, das Verrückte hinzutrat, kriegte menschliches Leben überhaupt einen aus der Art gefallenen Sinn. Und das habe ich jetzt auch wieder bei der neuen Lektüre von den Geschichten wieder gemerkt. Dieses seltsam Hintersinnige, dass er das so nach vorne spielen kann und auch wie im Spiel behandelt. Dass er nicht in die Tiefe gründelnd sich in irgendwelche Abgründe verbohrt, sondern spielerisch das Abgründige hervorperlen lässt. Das ist eine ganz große Kunst, das können sehr wenige. Ich glaube, dass das Unpersönliche an Kosenberg eine Larve, eine Maske war. Er sprach wohl wenig über sich und die Preisgabe von tragischen Dingen wäre ihm peinlich gewesen. Auch in dem, was er geschrieben hat, kann man wohl nicht sagen, dass er irgendwie Teile von sich preisgegeben hätte. Er hat versucht, alles ins Spielerische zu wenden und für so etwas bin ich als Artist sehr aufgeschlossen. Ich sehe schon, dass hinter diesen kleinen Spielfiguren zwischen hinter seiner kleinen Menagerie sich doch auch allgemeine teils persönliche, teils gesellschaftliche Probleme verbergen. Es sind ja alles sehr turbulente, kuriose, verrückte, aus der Art geschlagene Familiengeschichten. Ich habe immer etwas so gerochen gewittert, als ob da auch der tiefe Blick für familiäre Katastrophen dahinter steht. Also er hat schon Katastrophales gesehen, aber hat das alles dann in diesen Spielzeugpark verwandelt. und das ist eine besondere Kunst. Die Kunst geht ja überhaupt erst da los, wo man Schwerwiegendes in Leichtigkeit verwandelt. Levitation heißt das eigentliche Zauberwort. Und er hatte den Zauberstab, um Bedenklichkeiten des menschlichen Lebens in Lustigkeit zu verwandeln. Vermutlich brauchten wir immer einen sachlichen Kern, um uns zu berühren, um etwas zu besprechen und von diesem sachlichen Kern aus dann ins Private und Pläsierliche vorzustoßen. Und später fanden sich solche gemeinsamen Arbeiten wohl nicht mehr. Und warum ist dann, es ist ja nicht auseinander gegangen. Wir haben uns auch nie entfremdet oder uns irgendwie uns irgendwie fremd gegenüber gestanden. Ich weiß es nicht. Vielleicht wurde er krank. Ich weiß es nicht mehr. Das habe ich vergessen. Ich weiß nicht nicht wie es ist. Vielen Dank.